herzlich willkommen zu einer weiteren folge auf der karte im thüringen wir kaufen aktuell ein traktor das braucht mal geld leider aber geld heißt die frage der bank ja der nächsten ernte zahlen wir alles zurück gut Das ist ein anderer Traktor. Ah, gut. Spell, Hauptfarbe. Na, das ist wohl irgendwie anders gewesen. 3 Variante Spellisbereitung. Terra, Terra. So sieht gut aus, ne? Ja, schön im Motor. Hat sich was, ne? Ok. 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 ich will nicht genau bestehen ich werde auch nicht daran zurück aufgetaucht aber ich brauche noch ein gewicht einer muss aufblicken ja der reicht auch der ist lauter ganz kurz ein bisschen heute sind die lautstärke für fahrzeuge reduziert für das lecker wieder der ist jetzt laut das ist ein bisschen tricksen hier wollte ich ihn an sich nehmen die fahrzeuge die die fahren wir die besenken ich habe das in diesem cent genommen weil 80 km h fahren könnte kann denn wenn er mich abgeholt vom hof ist das vom vorteil hier tut er wieder mal harmlos blick an die baum heute noch nicht die maschine weitere verlauf aber ich brauche einen da muss funktionieren so jetzt geht es weiter das heißt jetzt wenn wir einen lkw bereitstellen für die überführung naja für die ablandenden mitredders einladen 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 ja auch nicht schlechter vorne hingefahren aber kurz blöd macht sich in king kopf die die fahrt ein als ist beim fahrzeugen da macht er nichts angemeldet steckten stau gut auch ein vorteil so wird es hier auch weg haben wir grunde das was der andere auch drin hatte auch verstaut mit dem nicht der radio ist ganz schön fast fachen es nicht gerade gut nicht aber so 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 Vielen Dank. So, da wollen wir noch mal wieder. Kontrolle machen. Ich glaub, der fährt da nicht ran. Das ist schlecht. Malerweise hätte er das einfüllen müssen. Hätte. Ok, eine Reaktion. gut vorwärts anfangen dann machen wir eine kleine runde ich war so gefahren dass er dann vorbeifährt oder war zu weit weg wir haben ein bisschen am besten parkieren kiosk spray oder lass ihn stehen und baue den anhalter vor das geht jetzt ausfüllen wir warten so gut gleich probieren wir brauchen die 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 Da das kurde fahre. Normalerweise soll ich es allein machen, ne? Das wäre ja noch keine Absicht dabei. So, jetzt wollen wir wegfahren, bzw. aufladen. Aufladen geht nicht, oder kriege ich es schon, aber ja, steht er ja am Weg. Lkw. Die wollte ich da wegfahren. Ich muss doch noch einen Platz tun. Wahrscheinlich Hof 1. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil er weit weg ist. Sollte es mal kommen, dass die Karte eine neue Version kommt, von der Karte. Und der alte Splittstand dadurch nicht weitergeht. Dann denke ich über einen Neuanfang nach. Komplett neu. Mit einer anderen Herangehensweise. Auf 1 aus. Aber nur wenn eine neue Karte nicht für das weitergehen funktioniert. Das kann durchaus sein. Das weiß ich aber noch nicht. Ich habe derartige Melo noch nicht gelesen. So, das schaffen wir auch. Das hier gefällt mir nämlich noch gar nicht, dass der praktisch... Ich habe meine Sorge, dass es jetzt hier bei... bald reif wird und dann... geht nichts... mehr mit Unkraut vernichten. Beziehungsweise keine Hilfung mehr. Da wollen wir nachdenken und schauen. Ob es an... Normalerweise nicht. Wenn es an der Seemaschine genau gleich wäre. Aber das könnte sich hier dran stören. Zum dicht dran haben. An den Silos. So. Wir werden jetzt mal... den Kohl speichern. So. Wir werden jetzt mal... auf den Kalkratz. Und dann... genau... Da fährt er langsam... wenn es bei Kalkratz funktioniert. Genau. Genau. haben wir noch was von lager eigentlich ganz gut höchsten meist sein der von trotzdem zum feld die raps erde losgeht würde ich bereit sein so wenn er die bga einbringt jetzt mal das war 1.000 grasmähen bringt keine punkte oder jetzt muss man den führungskurs so einstellen dass er da entsprechend parkt normalerweise macht automatisch so können wir da nicht in stellen stellen genau hintermieter jetzt mal ganz kurz noch gucken der anfängt und dann beenden wir die runde die folge flüssig dünger das wird es gewesen sein das passt schon so das haben wir so berechnet wende kreis auto haben wir auch so auf dem feld haben wir den grund gefunden das war schlichtweg wachstum dunkelgrün ja schon kritisch gras ist übrigens auch schon reif so wahnsinn so fällt hier was um schwerer anfangen würde aber ich sage schon mal schüsse winkel winkel war euch gefallen ich hoffe auch mal wiedersehen ich sage schon danke fürs like natürlich auch für jeden der abonniert hier traktor wieder bedeutend heißer so hier ist noch gut haben wir den punkt erreicht wo wir sagen können und notfalls starten können ja dann würde ich mal noch einen schönen tag und noch einen schönen sonntag